Herzlich willkommen bei der besten Fußball-Community Deutschlands. Wir machen dich zu einem besseren Fußballer, zu einer besseren Fußballerin und zwar mit diesem heutigen Video. Heute geht es um das mentale Training, spezifisch gesagt geht es um das Aktivationsniveau. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist das überhaupt genau? Wir haben schon mal ein wichtiges Video zum Thema mentales Training gemacht, was wir dir hier oben, glaube ich, jetzt verlinken und was auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Da geben wir mal so einen allgemeinen Check über das mentale Training und welche verschiedenen Bereiche du als Fußballer überhaupt machen kannst beim mentalen Training. Davon suchen wir uns jetzt heute einen Bereich aus und zwar die Aktivationsregulation und wollen wir jetzt dort heute dir ein paar Bereiche vorstellen bzw. ein paar Methoden vorstellen. Und zwar Aktivationsregulation ist grundsätzlich das mentale Training, das darauf abzielt, dass du deinen optimalen Erregungszustand findest. Das bedeutet, dass du nicht zu aufgeregt bist, dass du nicht zu unaufgeregt bist vor einem Fußballspiel beispielsweise und dass du dich auch generell gut entspannen kannst. Und heute stelle ich dir jetzt mal drei Methoden vor und sage dazu einfach mal ein bisschen was, die du anwenden kannst, um generell entspannter zu werden. Denn es ist die Grundlage für generell das mentale Training, dass du in einem Entspannungszustand dich befindest. Das bedeutet, wenn du diese Methoden, die ich dir jetzt heute vorstellen werde, anwenden kannst, dann hast du die Grundlage und das Fundament geschaffen für alle anderen mentalen Trainingsformen. Die erste Form des mentalen Trainings bzw. der Aktivationsregulation ist die progressive Muskelrelaxation. Was heißt das jetzt genau? Das bedeutet, dass du deine Muskulatur aktiv anspannst und wieder entspannst. Das soll einfach dazu dienen, wie gesagt, dass du dich in einem entspannten Zustand befindest. Das Ganze sieht dann wie folgt aus, dass du zum Beispiel jetzt deinen rechten Unterarm nimmst und dann versuchst, deine Faust zu ballen, so stark wie du kannst. Und gleichzeitig versuchst, deinen Unterarm anzuspannen. Es gibt jetzt zwei verschiedene Methoden. Eine Methode sagt, du musst das ungefähr drei Minuten halten. Dabei kommt es aber nicht auf die Intensität an, sondern du musst einfach versuchen, den Muskel zu spüren. Dann gibt es noch eine andere Methode, die sagt, drei bis fünf Sekunden halten, aber so stark wie du kannst. Du kannst beides einmal austesten. Und nach dieser Intensität, nach dieser Anspannung, lässt du dann wieder deinen Muskel fallen und versuchst, dich bewusst darauf zu konzentrieren, dass du dich sozusagen fallen lässt. Das Gleiche machst du noch mit deinem linken Arm. Dann kannst du auch deinen rechten Oberschenkel mal versuchen, ganz aktiv anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Dann kannst du auch deine Schulter mal hochnehmen und nach hinten und versuchen, so richtig anzuspannen und dann locker lassen. Das alles soll eben dazu dienen, dass du entspannt wirst. Das kann helfen, das muss aber nicht helfen. Wir würden dir raten, das auch mal zu Hause auszuprobieren. Vielleicht hilft es ja bei dir. Wir können auch generell mal ein eigenes Video zu dieser Muskelrelaxation machen und dir ein paar Übungen sozusagen auch vormachen. Die zweite Form ist das Autogenentraining. Beim Autogenentraining versucht man sich sozusagen auf eine Muskelgruppe beispielsweise zu konzentrieren oder man versucht gedanklich an eine andere Welt abzutauchen. Man spricht beispielsweise davon, dass jetzt ein Partner zu dir sagt, ja, du spürst, wie dein Arm jetzt ganz, ganz schwer wird oder du spürst, wie dein Bein ganz, ganz schwer wird. Bei dieser mentalen Trainingsform ist es wichtig, dass man sich ganz entspannt hinsetzt oder sogar auch hinlegt. Das kannst du auch mal zu Hause austesten. Auch dazu können wir, wenn du möchtest, schreib das unbedingt unten mal in die Kommentare, mal ein eigenes Video zu machen. Und die dritte Form, die meiner Meinung nach am besten funktioniert, zumindest bei unseren Spielern, die wir auch individuell trainieren, ist die Form der Imagination. Das heißt, der bildlichen Vorstellung. Das heißt zum Beispiel, dass jetzt irgendwie, es kann dein Papa sein, es kann auch irgendwie dein Freund sein, dass der mit dir sozusagen gedanklich in so eine Traumwelt eintaucht. Keine Sorge, das ist keine Hexerei oder so, sondern du stellst dir einfach bildlich etwas vor. Zum Beispiel, wie du am Strand liegst, es ist mega entspannt, du fühlst dann den Sand auf deiner Haut und spürst die Sonne. Und wenn du dann gedanklich dich in dieser Welt verlierst, wirst du automatisch entspannter werden. Denn, und das ist der Schlüssel in diesem Video, dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Das bedeutet, wenn du dir wirklich etwas bildhaft vorstellst, dann kann es sein, in den meisten Fällen ist es sogar so, dass du dann aktiv die Gefühle und Emotionen mit der Situation tatsächlich hast, die du gedanklich damit verbindest. Probiere diese Methode auf jeden Fall mal aus. Und wenn du möchtest, können wir dazu sehr, sehr gerne ein Video machen und dich da sozusagen mal rein begleiten. Schreib das unten mal gerne in die Kommentare, ob du dir so ein Video wünschst. Wir selbst wenden das auch bei unseren Spielern an und dort ist es sehr, sehr erfolgreich. Ansonsten schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie dir dieses Video geholfen hat und ob du generell auch schon Erfahrungen mit dem mentalen Training als Fußballer gemacht hast. Schau auch unbedingt bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten wünschen wir dir viel Erfolg, viele mentale Stärke und wir haben nicht mehr zu sagen eins. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.